Wer ist denn das? Ist das dieser... Papsi-Motor? Ich glaube nicht Hey Leute, willkommen zu einem weiteren MotoVlog Tatsimoto besucht uns dieser alte Ficker und wir fahren jetzt ein bisschen rum Wolken sehen vielversprechend aus Schauen wir mal So, wir müssen jetzt direkt erstmal an der Tankstelle anhalten für Luisa Luisa war nämlich faul was tanken angeht Sie ist kurz vor Reserve, da wollen wir nicht riskieren und so, wir fahren jetzt nämlich an die Tankstelle an Luisa, wie tanken Sie? Hey, sicher, dass da Diesel reinkommt? Das passt doch gar nicht ins Laufen hier Doch, doch Doch, doch, das passt doch schon rein Einfach ein bisschen Gleitgehen oder Anlauf Marco Geh mal rein Komm Wer geht für Luisa rein? Schreibt sie in die Kommentare Papsi-Motor Papsi-Motor beklaut Mrs.Yomarco Er klappt mir doch jetzt Setz dich mal drauf Setz dich mal auf seine Maschine Nochmal Er guckt böse rüber Er geht mit Helm rein Er geht mit Helm rein Illegal Er geht nicht? Ja, setz dich drauf Geil Er ist voll gut, aber er ist voll hart Jetzt kommt jetzt seine Reaktion Jetzt kommt jetzt seine Reaktion Hahaha Die steht dir Ja? Du kommst richtig gut auf den Boden Ja Ich komm richtig gut auf den Boden Du kommst mal jetzt Fetty passt farblich viel besser zu dir Ja Voll leid Hä? So, ich hab jetzt den Autofahrer rein Oh, oh, der Autofahrer will hier rein Das ist eigentlich schon ein Tantel da Ja, das ist noch ein bisschen da Zum Lenken Doch, zum Lenken So Weißt du, ob ich sonst lenken muss? Da kann ich immer rum Ja Ja Aber Luisa So, 10% glaubt ihr dir das gerade Was sind denn auf dem Wald? Weiß er nicht Zum Lenken, oder? Ja Hey, beim Auto kennst du das nicht Beim Auto gibt's die Dinger doch auch Warum solltest die für... Nein, doch vom Lenken Wie ist denn da? Ja Ja Ne? Wie ein Elkabel Wie ein Elkabel Wie ein Elkabel Der Himmel sieht wieder einigermaßen besser aus Es kommen noch ein paar Tropfen runter Aber... Das soll uns nicht aufhalten Wir fahren Richtung Münster Münster, Münster, Münster Oh mein Gott, es kommen wieder Tropfen runter Regen, Regen, Regen Guck mal den Himmel an da hinten Guck mal über uns Guck mal über uns Das ist so ein bisschen nass Guck mal hier richtig Angst In den Kurs zu fahren Ich bin jetzt mal da Einmal auf der Tour Dann krieg ich mich jetzt Wessen die Idee war das Richtung Münster zu fahren? Meiner nicht Doch Was machen wir jetzt? Ich fahre Wir fahren jetzt links Und dann gucken wir ob wir uns irgendwo unterstellen können Ah jetzt wird es schon weniger Oh meine Fresse ey Wir wollten Richtung Münster Und sind nass geworden Njjjj Hier können wir es bestimmt irgendwo unterstellen Ich glaube Wir stellen uns einfach da Runter Hier ist voll rutschig Hier ist mega rutschig Ich rutsch mit meinen Stiefeln hier einfach so weg Hier ist richtig rutschig Koffe 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 Alter Ich hab noch mal zu viel nass Was? Ich hab noch mal zu viel nass Mir läuft echt viel Wasser runter RIP Ich hab noch zu viel nass Was? Mir läuft echt viel nass Meine Fresse ey Ich muss deine Linse sauber machen von jetzt wo wir uns unterstellen hat es aufgehört ich will in so ein ganzkörper föhnen rein hey diese crushed ice dinger bringen doch abwärme oder nicht diese crushed ice box und dann dahin legen sofort guck mal eben ist ein vogel er chillt da hey lass mal zu lass mal zu slatties abo treffen fahren ist doch nicht so weit wir machen jetzt immer witze über dich wir sagen so jau lass mal zu da und dahin fahren ist ja nicht so weit meine fresse ja wir sehen uns auf jeden fall in münster und ja ganz trocken sind wir nicht aber papsi der harte typ ist auch bei dem wetter hingefahren also können wir auch mit ihm eine runde drehen bei dem wetter ja wahrscheinlich hallo hoppala ich wollte gerade an ihrem kupplungshebel ein bisschen rumspielen hey die sonne kommt raus ja es wird besser es kann nur besser werden das ist richtig am dampfen aber bei dir viel heftiger dampfmaschine motorrad brennt motorrad brennt aber sommer habe ich sommer habe ich mache ich so einmal warte mal ich muss die linse sauber wischen noch mal ein bisschen gas dass es sanft perfekt danke clickbait ist da naja naja du bist du deinem kopf hallo ja 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 da ja Du fährst... Ja, das passt doch voll! Und dann kommst du auch noch dahin! Das qualmt auch! Luisa's Motorrad qualmt auch! Das qualmt auch! Deine, ey! Ah, nein! Nein! Alter, wie das Ding dampft, Mann! Nimm mal einen rauf! Hallo! Okay, wir gehen jetzt zur Burger King rein, ich wechsle den Akku. Wir sehen uns gleich! Hau mal auf die Linse! Perfekt! Ja! Essen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020